Ich möchte kurz was sagen zu einem Sportverein. Wir sind also ein Mehr-Sport-Verein mit ca. 400 Wettbewerb. Davon sind ein Drittel sind noch Jugendliche. Wir können zum Fußball, der ja schon größere Erfolge in früheren Jahren erzielen konnte. Ich hoffe, wir haben auch starker Planung. Dann hatten wir dann nichts. So an sowas mal teilnehmen zu können. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß.